Wir brauchen bestimmt ne Granate, hm? Ich hab ja eine. Aber ne Brandgranate. Ich hab drei Blendgranate. Ja, und Irving ist nicht weg von dieser Zeit. Die Kamera ist auf dich gerichtet bei mir, ne? Das weißt du. Ja. Da, da war's doch. Wie hab ich das denn gemacht? Komm schon! Ich hab jetzt erwartet, dass da irgendwie so eine total komplizierte Tastenkombination kommt. Links, rechts, oben, unten, Kreis, Dreieck, Viereck, Kreuz. Nein. Mit Kreis. Mit Kreis. Oh, die sieht nicht so teuer aus. Ach, welchen? Irving. Na gut, dann müssen wir wohl eben wieder nach dem Knoll runterkommen. Ich wollte von hier aus schon jemanden erreichen. Da oben steht er. Da oben, ja. Ah, hab ich dein Pfeil abgeschossen, ne? Habe ich super gemacht. Ist jetzt immer drauf, danke. Ansonsten sehe ich keinen Stoch da rechts oben. Na, wo ist dein Köpfchen? Was siehst du denn da? Ach, da hinten. Den hab ich gar nicht gesehen. So, das war's dann aber glaub ich auch. Mehr ist nicht drin. Dann hüpfe ich mal runter. Hm, ich komm mal hinterher. Ich hab schon wieder eingehen und schreien hören. Hule. Hule. Den da zum Beispiel. Ich muss dieses fast zerstören. Ja. Ich hole derweil mal hier die Pansen hier aus dem Buch. Sie können sich den Pfeil lösen. Hallo, Mann mit Schippe. Roundhouse Kick. Kann ich dir noch aufspießen? Aufspießen! Dem hab ich's gegeben. Ja, aber richtig. Nicht die Waffen wechseln mit dem Arsch. Ich hab noch 20 Schuss in meiner Pistole. Ich kann dir alles abgeben. Oh! Also wenn du jetzt nicht in das Roundhouse Kick. Ja, ich hab ja noch die, die, die Rümpf gönnen. Kannst du mal bitte liegen? Hier liegt auch noch, ähm, Pistole Munition. Die werde ich wohl nicht aufnehmen können. Nicht? Ich versuch, ich versuch mich dann mal einfach nix. Immer wieder abstichten. Hm. Ne, ich hab keinen Platz mehr dafür. Hm. Obwohl, wenn ich jetzt die nachlade will, läuft auch noch nicht. Du kannst sagen, ey, da läuft einer, aber das war's gut. Äh, war hier nicht... Ja, gehen wir hier hoch? Ich geh mal hier die, die Treppe hoch. Okay, dann komm ich hinter dir her. Ich glaub, da geht's nicht weiter. Da ist die Tür, die verschlossen ist, oder? Du versuchst, sie ist von der anderen Seite verriegen. Als ob man da nicht durchgreifen könnte und den, den Dings hochheben könnte. Ey, ey, ey. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Das müssen wir nochmal leer üben. Leer üben. Leer üben. Leer üben. Ja, warte mal. Also hier können wir wohl nicht lang. Wow. Guten Tag. Mal mit ein Stückchen weiter hoch. Geh ich doch mal hoch. So, wie schön es sei. Ich glaub, mit dem Rad hier kann ich das Feuer abschalten. Ich versuch das jetzt mal, muss ich da... Bist du jetzt tot? Ah. Aber man sieht es aus. Was machst du? Ich drehe an einem Rad. Ah. Ah. Du hast es zwei auch schon, ne? Feuer ist aus. Da kommen nochmal zwei. Tut mir leid. Drei. Da oben links steht auch noch einer. Drecksfall. Naja, wir sehen. Kommt. Hallo? Ne, du dir jetzt ein Fass. Ja, ich bin die Erste mit dem. Hier Licht, Pistolen, Munition und ne Blendran. Also, ne. So. Hier liegt dann mal Pistolen, Munition. Ne, musst du mitnehmen. Ich bin voll. Das ist schlecht. Ach, komm, dann esse ich das Ei eben, dann da mag ich die Sache auch. Ach, ich vergesse das jedes mal. Mann. Ne, 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 ne. ne, 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 ne. ne, 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 ne. weil ich brauche wieder welche wo lag die anderen gerade wo ich stehe das ist ja ich stehe direkt hinter dir soll ich mal den hebel drücken oben war die musik ist aus ja aber hier kann man noch über ohne dass man noch irgendwas mit drücken muss ich weiß nicht was hier ist auch ein hegel und ein fass haste man rotgewehr munition ist hier ja das ist das ist ja resident evil typisch das begrenzte inventar das ist ja schon seit teil 1 so damals war es aber noch damals war es ja aber noch so mit von wegen survival horror und krams machte dann ja noch so ein bisschen den reiz daran aus soll ich jemand drücken oder wo wolltest du denn drücken ja auf der anderen seite ich renne da jetzt kann ich das anders und ich drücke jetzt einfach mal den hebel da ist das bewirkt okay ich bleibe mal hier oben du kannst es wahrscheinlich wieder so ein seilzug oder sowas dann ja da kommt bitte ja ich verstehe das gleiche gibt es nämlich hier auch ich warte erst mal ab es sollten benutzen ich warte erst mal was bei dir jetzt da passiert wenn ich von hier oben noch ein bisschen schließen kettensägen mal ein kettensäge ran steige aus dem bäts ich habe eine mine gefunden wo ist denn unser freund mit der kettensäge hallo freunde kettensäge ich kann ich kann ich kann dreh tritt ich denke mal nicht dass der so stark ist wie der den wir mal gemacht haben oder dreh tritt ich denke so lange dem immer einen schönen kopf schließen können wo wirst du jetzt hin du affe oh der ist schon wieder hier oben der weiß nicht ob er zu mir will oder zu dir ey Junge komm mal wieder hoch hallo ich kann gerade nicht auf den schießen weil er so nah an mir steht da ist die Gefahr so groß dass er und hier zurück zu spielen wie gut dreh tritt so keine pistolen doch dreh tritt wie viele däten aus schwere schäden jaja nahkampfen so ich kann ich noch mal weiß ich habe nur noch viel schuss in der indienste und ach so richtig bitte sag mir dass er auf dem weg zu dir ist ja gut ich habe hier mal weggemacht ein teil mutter ich habe das gefühl dass wir den zusammen besiegen müssen ich komme ich lauf dir mal hinterher sofort bei mir wenn ich den weg finden wo ich bei dem kann man ja relativ gut auswählen weil dann könnten wir quasi im doppel-doppelkombo machen uhr ja super schlangenarmband wir haben jetzt das gleiche spielchen noch mal so her da muss so knöpfchen drücken dann kannst du rüberfahren ja gut dass wir das alles so eins nach dem anderen gemacht haben ach guck mal was ich noch alles hier habe ich hätte eine mine hätte ich noch zum einen ich stelle mich mal da vor das feuer ich mach das ich drehe das direkt schon mal hier ja ich habe mich mal in eine zentrale position gebracht vielleicht kärle ist aus scheint keiner zu kommen nein keiner mehr zu kommen ist ja nicht noch irgendetwas tolles du hattest zwei kisten also fässer ich habe nur eins ich habe nur eins Musik läuft ah von da kommt oh der hat eine dynamitstange geworfen oh oh was denn jetzt oh nein ich habe die ans gesicht geschossen mit einer pump gun du darfst nicht mehr stehen ja lad doch nicht nach du dummer spast ey ihr partner ist tot ich habe den gar nicht gesehen dass er da ja der kam gerade als ich die tür aufgemacht habe dass ich da rauskomme hm das ist blöd ich muss im stillen nachladen was müssen wir denn jetzt machen ach wir müssen nochmal hier rüberfliegen dann mach ich erst die tür auf und dreh dann am rad ich wusste mich mal hier aus wo lege ich denn die mine hin wo lege ich die denn am besten hin wo macht die am meisten Sinn wo soll ich die verwenden ähm die mine kannst du von mir aus für diesen heini da verwenden ja der kam durch er kam durch die tür durch die wir vorher nicht konnten ne der kam warte mal ich düstere nochmal hin da ist ja diese tür und dann ist da wenn du den weg da hochkommst von der treppe dann ist da so ein komischer behälter und wenn du nach oben guckst da ist so ein wie so ein ach da von oben genau von da kam der runter aber der landete vor der vor der tür dann oder ja ungefähr hier so da dazu meinen laser siehst warte mal ich gehe mal da in die richtung ok da landete es ja also ich platziere die ich platziere jetzt einfach mal hier direkt vor der tür ja der tritt die sowieso auf so ist platziert also wenn er kommt dann knallt sollte ich vielleicht oh gott nicht dass ich davon auch noch getroffen habe und dann geh so kaputt und dann müssen wir es nochmal machen ich habe schon meine meine finger ist schon auf dem controller ich glaube er hat die mine ausgelöst ja das ist aber bei mir ja ich brenne jetzt einfach mal schnell zu dir wenn du versuchen kannst du auszuweichen oh dann können wir vielleicht wieder doppelteam action wegkicken ja dreh tritt gerade warum ist denn die tür schon wieder zu tritt tritt ganz langsam macht sie die tür auf ja ne schlimm ich möchte gerne nach oben dreh tritt oh ne ich habe meinen kopf verloren die ist die ist nicht zur seite gelaufen so wie ich das gedrückt habe die gute frau aber manche lasst das noch mal mit der mine so machen das war gut ja ich wollte den dingen da dann laufe ich ja schon mal da muss ich bitte zweimal gestorben jeweils einmal ja